ARD Text im Auftrag von Funk Meine Aufnahme läuft schon AHHHHH Ah, okay, ich auch mal fang Ja, Mann Ok Ich muss dich noch kurz lauter machen, warte Oh lol So, kann ich anfangen? Sorry Du kannst anfangen? Nein, kannst du nicht Also, wenn man hört dich... Warte, 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 warte Weil er grad wieder alles tausend Jahre braucht Bis, ähm... Okay Was machst du mal, Alter? Was machst du mal? Okay Alles okay bei dir? Nein! Aber ist leid, ich muss dich erst lauter machen Man... Warte auf automatische Gehmein, blaue Stecker eingestellt, oder was? Nein! 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 Okay, alles okay bei dir Nein! So fliegt, komm ich dann auch frei Bist du öffnet jetzt nicht? Du kannst ja machen, ich tippe mich doch mal Wie kann ich rauszulassen? Ich bin in die Hoffnung gelaufen, was du seit einer Minute Toll Toll So, jetzt kann ich dich jetzt wieder lauter machen So 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 Wettkann zu reden Okay Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Battle Staffel Und ich und Colin dieses Mal Aber Besonders Ja Wir spielen hier auf einer Flat Map Die ist auf 3000 Blöcke Also die Radius, die wir laufen können Genau Und wir können uns halt wirklich nur von einem Dorf ernähren, Sachen holen und so weiter Ja Nein Ja Aber wir haben jetzt so ne Zeug das wir hier so haben Ein Bett Ey Was? Wir sind mein Zeug da noch raus Äh Nimm halt einfach das da raus Das haben wir an Können wir machen Aber dies darf geht noch nicht Zum Sachen abbauen, oder? Ja Okay Da hab ich dir davon nicht abbauen, aber Wir dürfen wir uns nicht verfolgen Ja Monster sind an Wer? Scheiße Wo ist es denn an? Und die Wo ist Monster sind an? Ne, überbank, wo meinst Ja Ich Ich Geh die nicht Alter Ich sehe die Kabelstones Warum hat der Kabel sonst ihn gemacht? Hehehe Immer Machst du die Welt kaputt, ja? Immer bist du das Hehehe Ich hab dann nur 3 Kabelstone gesetzt Jetzt geht der 3 unter eine Linie Hehehe Ich weiß Trotzdem die Welt geliegt von unter Doch Ich geh davon Ich geh davon unter, ja Nur ich Oh nein Ulf Ja Ich bin nur in eine Richtung geflogen Da hab ich kein Dorf gefunden Deswegen geh ich jetzt in eine andere Richtung Alter, krass Erst ultimative Dorfe Zwei Schmieden Echt jetzt? Ja Ich hab noch nicht eine Was ist mein Ziel in dieser Welt? Nur zwei Dörfer gibt Ja, Scheiße, Alter Aber ich kann jetzt sofort Zaubertisch machen Echt jetzt? Epoch Lapis Scheiße Als ob du wirklich Obsidian und zwei Dörfer hast Also auf jeden Fall hab ich Bücher Obsidian und Dörfer Aber ich hab hier kein Lapis Mika, ich find kein Dorf Ihr sucht doch, wir haben 3.000 Blöcke hier Ja, ich glaub schon die ganze Zeit Ja 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 Ich geh wieder raus aus dem Dorf Oder? Nee, komm ich hunde mir auch essen mit, oder? Also Da gibt's kein Essen Da müssen wir auch Basen machen, oder? Von Dorf zu Dorf, oder? Mir egal Deine Taktik halt Eine Taktik ist, eine Taktik zu haben Hm Ich glaub wir immer noch, gell? Ich hab immer noch kein Dorf Lacker Ey, bis ein Dorf mit zwei Schmieden gefunden, Alter Was willst du? Essen Das ist doch ein Speck Nein Leer Warum willst du denn nichts? Ja, Eliminaten haben alle davor ausgelöscht Achso Aber wer hätte ich gekriegt, scheiße, wenn wir nichts mehr finden dürfen Würden Aber 3.000 Blöcke, da muss ja was sein Nö, nicht unbedingt Bin ich am Ende der Welt? Nö Alter, du kannst ja auch inzwischen am Ende der Welt sein Hä, was ich wirklich schon gerannt bin? Ich springe und renne hier gerade, okay? Ja, ich auch Und ich finde kein Dorf, Mika Ich finde nichts in die Welt leider auch nicht Ich bin gerade mal 300 Blöcke weg von Spawn Schon 1.000 Ja, ja, ja Ich glaube nicht Ich hab kein Dorf gewohnt, ich schreibe die ganze Zeit in eine Richtung Darf man auch in Hölle gehen? Was willst du in der Hölle? Ne, da, ich frage, ob man da fällt, ob die die eine Fülle Der fehlt mir nur ein Flit Warum nicht? Aber was willst du ja? Ne, Tränke würde man wahrscheinlich eh nicht kriegen, oder? Doch, Karpis, dann gibt's hier, Holz gibt's auch Sand? Ja Hab'n Dorf gefunden Ist dein Ernst? Du findest schon zwei, ich findest noch ein einziges Ja, wirklich keine Schmiede, Mist Oder ist denn eine Schmiede? Ja, Müsst du auch schon 2, Mika Du hast doch auch schon Milliarden, oder nicht? Natürlich hab ich Milliarden Ich hab sogar Milliarden All das doch ist ja richtig groß Wow Aber die Welt, die Welt, die über mir Ne Schmiede Na ja, Leute, die laufen, wir hatten nicht drum Ist auch okay Leute, so ein Zombie war einfach in mein Haus eingesperrt Ich lauf grad nur nichts rum, weil die Welt, die über mir da ist Können Pferde spawnen? Ja 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 gut, ich hab'n Sattel 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 Okay, ich hab'n Sattel Okay, ich hab'n Sattel Okay, doch, ich mach'n Sattel Ich hab'n Sattel BK, wegen wir BK, wegen wir Ja, warte Ich such'n Ich brauch'n FLYIS pläzieren Yen FLYIS Ich muss wegrennen Und ich werd'n vertrieben man Hm, mein Griff Ich muss nicht hier Dorf suchen, okay Kannst dich nicht einfach schon hinlegen Ne, hier sind viele, hier, hier war Creeper, Skelette doch versuch doch einfach mal ich lieb nämlich schon du dich rein liegt das ist alles cool so weit ich kann ich bin auch ich habe ich kann nicht brennen hat noch ein dorf hast du es nun echt noch alles gefunden alles mir richtig locker naja jetzt ist keiner kapp echt hier vier und was du das nicht getan was auch die dürfen perfekt nachgebaut weiß auch nicht mal ich will nur essen scheiß schmied was was das ist cool dass du doch das mit zwei schmieden ist schon cool oder schon cool dass du aufgefunden hast mit zwei schmieden aber die drei gefunden nein habe auch mit zwei ich dachte was machte da ich mich gleich zu dir und guck was du da machst ach man darf so ja für folge lag ich habe mich die quote mit zwei mit zwei schmieden nein okay werden wir den ersten part tut nein was hast du gemacht ein zombie hat den mittel schon geknickt okay werden wir den ersten part oder ok das war schon leute bis zum nächsten part und tschau gleich weiter